Schock! Leroy Sané hatte vor dem Eröffnungsspiel der EM 2024 einen schweren Unfall. In kleiner wie zwei Wochen beginnt eben diese Europameisterschaft in Deutschland. Nationalspieler Leroy Sané ist angesichts der momentanen Überzeugtheit von sich selbst in dem DFB-Team zuversichtlich. Dass eben diese Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann bei dem Heimturnier erfolgreichte, die das ihm Gehörende kann. Am 14. Juni beginnt für eben diese deutsche Nationalmannschaft mit dem Eröffnungsspiel gegen Schottland eben diese EM 2024 in dem eigenen Land. Leroy Sané hatte vor dem Eröffnungsspiel der EM 2024 einen schweren Unfall. Die Fans hoffen denn zwischen der WM 2006 auf ein erneutes Sommermärchen in Deutschland mit positivem Resultat für eben diese Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann? Geht es hinter Nationalspieler Leroy Sané steht dem nichts in dem Wege. Im Erhebung mit dem hat der Flügelspieler des FC Bayern München erklärt, warum er ein gutes Besorgnis in dem Hinblick auf eben diese Heim-EM hat. So sei jetzt allerdings in dem der Trainingslager in Blankenheim und in diesem Zusammenhang in Herzogenaurach ein durch und durch sonstig Mannschaftsgeist wie noch vor einigen Jahren zu spüren. Bei den letzten Turnierteilnahmen des 28-Jährigen, EM 2016 und 2021 sobald WM 2022, hätten sich wohl alle Spieler 1er verstanden, dennoch gab es Verbesserungspotenzial. Erklärte Sané. Leroy Sané hatte vor dem Eröffnungsspiel der EM 2024 einen schweren Unfall. Irgendwie hat da dieser besondere Spirit gefehlt, der jetzt da ist, sagte der Bayern-Star und mahnte gleichzeitig, wir zu tun seien sie Energie in den nächsten Wochen beschützen. Denn dasjenige ist dasjenige, welches wir in dem Eröffnungsspiel gegen Schottland wie erstes brauchen. Dasjenige ist so wichtig. Alles Sonstige kommt von allein. Leroy Sané geht es in dem DFB-Trainingslager besser. Das deutsche Team bereitet sich auf eben diese EM mit zwei Testspielen vor. Die EM-letzte Probe bestreitet dasjenige DFB-Team an dem Freitag gegen Griechenland in Mönchengladbach. Am Montag empfängt Deutschland eben diese Ukraine in Nürnberg. Eben diese Ukraine fehlt Sané wegen einer Rutsperre. Aller Voraussicht nach wäre er wegen seinen Schambeinproblemen. Eben diese ihm zu dem Saisonende in der Bundesliga geplagt hatten, eh geschont worden. Leroy Sané hatte vor dem Eröffnungsspiel der EM 2024 einen schweren Unfall. Immerhin geht es Sané in dem Trainingslager der DFB-Elf aber in diesem Zusammenhang erneut besser. Hinsichtlich der Probleme sehe es so ein gutes Stück 1a aus, verriet der EM-Fahrer und berichtete darüber hinaus Ich bin da sehr optimistisch gestimmt und weiß, dass dasjenige wenn schon arbeiten wird.